Ja kurz und trocken gibt es heute ein Dienstagsgrau vom Olli. Niveau und Flughöhe unterm Bodenäbel. Bedanket euch beim Peter Herbst. Obacht, ist wieder genau meins. Der Rigoberth fährt einen Bauernhof vorbei und plötzlich wird er mit 80 Stundenkilometer von einem dreibeinigen Hühnchen überholt. Und er so, was ist denn da los? Fährt rechts ran und direkt am Gartenzaun steht der Bauer. Da sagt er, du Bauer hör mal zu, was ist denn das mit den dreibeinigen Hühnchen da? Da sagt der Bauer, also das ist eine ganz besondere Zucht und die Schenkel sollen super super lecker schmecken. Sagt der Rigoberth, ja, hast du schon mal eins probiert? Dann sagt er, nein, ich habe noch nie eins gefangen. Nein, nein, ich habe noch nie eins gefangen. Wenn's spät auf, der kommt auf so'n Schwarzsinn.